Die Vorstellung, dass sie ihren Großvater mögen und dass sie dann entdecken, dass der ein Problem hat, was er in seinem Leben nicht so gut lösen konnte und dass sie sich dann dran machen und es eigentlich lösen wollen, also irgendwie, weil es jetzt auch ihr Problem geworden ist, das hat ja nichts mit solchen, da ist ja nichts krank, das ist ja so gesund wie nur irgendwas. Und in der Tat sind sie ja dann auch auf Dinge gestoßen, die hätten in der gesamten Gesellschaft bearbeitet werden müssen. Also sie arbeiten ja nicht an einem Problem ihres Großvaters, sondern ihr Großvater hat an einer völlig kranken und kaputten Welt gelitten, die ihn in den Krieg gejagt hat. Und wenn sie jetzt drangehen und versuchen, dieses Leid des Großvaters wenigstens erstmal zu verstehen und es dann auch für sich selbst darzustellen und es für andere sichtbar zu machen, dann ist das ein Beitrag für die Heilung dieser Welt über ihren Großvater. Finde ich grandios. Finde ich ein Beitrag für die Heilung der Heilung der Heilung der Heilung der Heilung der Heilung des 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 Vielen Dank.